Ich bin Adi und Red Bull hat mir diese Box für den Red Bull Soundclash 2022 zugeschickt. Ist auf jeden Fall sehr, sehr stabil, die Box. Ah ja, wir haben Red Bull, sehr, sehr wichtig. Ein Hoodie vom DevShop, vielen Dank. Ich zieh den nachher an. Hier gibt es mehr Trennwände als in einem Spiegellabyrinth. Holy shit, Digga, geil. Ich kann es nicht rausnehmen. Eine Box von JBL, holy shit. Sehr, sehr geil. Stabil. Warte kurz, bevor wir die Musik hören. Das ist der Hoodie. Vielen Dank, DevShop. Küsse gehen raus und wir gehen rein. Ja, das ist der Red Bull 2. Ich kann nicht rappen, das ist das Ding. Geil, sehr geil. Vielen Dank, Red Bull. Der Red Bull Soundclash 2022 findet diesen Donnerstag statt. Ailo und ich stream den live auf TikTok. Schaut euch das an, es wird ein Rapfest.